Hier präsentieren wir die 5 beste Cappuccino Tassen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Zwiräse 402,001 6-teilig Cappuccino Tassensät aus Porzellan. Das schwedische Cappuccino Tassensät besteht aus dickwannigem Porzellan und ist italienisch und klassisch weiß. Die dickwannige Konstruktion garantiert, dass die Temperatur Ihres Kaffees konstant bleibt. Eine Tasse fasst 180 ml und ist damit ideal für Ihren morgendlichen Cappuccino. Die Tasse hat einen Durchmesser von 9 cm und eine Höhe von 6,5 cm, was dem Standard für Cappuccino Tassen entspricht. Das Seed besteht aus 6 Cappuccino Tassen und passenden Untertassen. Diese können übereinander gestapelt werden, was die Aufbewahrung im Küchenschrank erleichtert. Außerdem sind die Tassen Mikrowellen geeignet und spülmaschinenfest. Nummer 4. CREATEBLE 17726, Serie Vintage Nature, Geschirrseed Cappuccino sind 8-teilig. Für Vintage-Fans sind die CREATEBLE Vintage Nature Cappuccino Tassen eine ausgezeichnete Wahl. Das Seed besteht aus 8 Teilen, darunter 4 Cappuccino Tassen und 4 Untertassen. Es ist auch in 2 oder 6 Tassen Größen erhältlich. Die Cappuccino Tassen sind handbemalt und aus hochwertigen Porzellan gefertigt. Wie herkömmliche Cappuccino Tassen aus Italien stammt auch dieses Seed aus Europa. Die Tassen sind in den Farben Blau, Orange, Braun, Grau oder einer Kombination dieser Farben erhältlich. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Glaswerk Design Latte Macchiato Gläser. Das Seed aus 2 Glaswerk Cappuccino Tassen ist ideal für ein anspruchsvolles Kaffee Erlebnis. Nur 2 der Tassen im Set sind ohne Henkel. Diese Art von Cappuccino Tasse benötigt keine Untertassen oder Henkel, da es sich um ein doppelwanniges Kaffeeglas handelt. Die isolierende Wirkung des doppelwannigen Glases schützt Ihre Hände vor Verbrennungen. Dank der Doppelwannigkeit steht einem langen Kaffeegenuss nichts mehr im Wege. Da die Tassen aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt sind, halten sie auch extremen Temperaturschwankungen stand. Nummer 2. Ricard Cappuccino Tassen. Das Cappuccino Tassen-Sied von Masa besteht aus Keramik und ist für 6 Personen geeignet. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, und Sie können es mit oder ohne Untertassen bestellen. Die Tassen fassen 450 ml Kaffee und können sowohl für Cappuccino als auch für andere Kaffeesorten verwendet werden. Die Cappuccino Gläser haben eine dicke Wand, die den Kaffee warm hält. Außerdem können sie sowohl in der Mikrowelle als auch in der Spülmaschine verwendet werden. Die große Größe ermöglicht es, dem Kaffee zusätzlichen Milchschaum oder Sahne hinzuzufügen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Guanyang Kaffeetassen mit Untertasse-Sied. Die Cappuccino Tassen und das Cappuccino Service von Guanyang sind aus exquisitem Porzellan gefertigt. 6 Tassen und Untertassen sind in dem Sied enthalten. Die Tassen haben ein Fassungsvermögen von 220 ml und sind damit ideal für einen Cappuccino zu Hause, im Büro oder im Kaffee. Das Kaffeeservice hat ein traditionelles weißes Design mit goldenen Akzenten, und die Untertasse ist mit einem geprägten Blumenmuster versehen. Da die Tellerspüle maschinenfest sind, lassen sie sich einfach reinigen und trocknen schnell. Es kann auch für andere Heißgetränke verwendet werden und ist Mikrowellen geeignet.